Muss die Schlagersängerin Michelle ins Gefängnis gehen? War ihr glückliches Leben mit dem 25 Jahre jüngeren Erik Philippi nur von kurzer Dauer? Die Sängerin hat einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung am Hals. Doch was genau ist passiert? Michelle musste für die Jahre 2018 und 2019 rund 160.000 Euro an das Finanzamt zahlen. Aufgrund eines Managementwechsels hat sie die Steuern für die Jahre nicht bezahlt. Sie selbst hat sich nie darum gekümmert, weil sie immer Leute um sich hatte, die sich entsprechend um das Thema Finanzen gekümmert haben. Mit dem Managementwechsel vor ein paar Jahren ist das Thema wohl untergegangen. Derzeit hat das Amtsgericht aber einen Strafbefehl über Monate mit Bewährungsauflage erlassen. Das würde bedeuten, dass sie einen Eintrag in das Führungszeugnis erhält, wenn das Strafbefehl rechtskräftig wird. Damit wäre die 51-Jährige zum ersten Mal vorbestraft. Aber laut ihrem Anwalt wird sie alle Rechtsmittel wie möglich nutzen, damit das nicht der Fall wird. Wir wünschen Michelle auf jeden Fall viel Kraft in diesem Rechtsstreit. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr denkt, dass Michelle absichtlich Steuern hinterzogen hat oder sie schlicht und einfach vergessen hat, die Steuererklärungen abzugeben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere News aus der Musik- und Schlagerwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.